Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich meine Kollegin Danielle Schippers aus dem Referat. Ich glaube, das Referat heißt auch Lükex, also länderübergreifende Krisenmanagement-Übung. In dem Fall würde ich doch tatsächlich auch fast bei Lükex bleiben. Das ist gut. Und Danielle, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und wir sprechen jetzt über die Lükex. Und wie muss ich mir so eine Lükex vorstellen? Ja, erstmal ja. Ich bin auch dankbar, wenn wir bei der Abkürzung bei Lükex bleiben, weil das spart uns viel Zeit. Wir haben ja gerade vom Kollegen Ulf Krüger schon einiges über Übungen gehört. Die Lükex ist eine strategische Krisenmanagement-Übung. Das heißt, es gibt so ein paar kleinere Unterschiede zu kleineren Übungen oder zu operativen Übungen, die man ja aus Hilfsorganisationen kennt zum Beispiel. Aber bevor ich hier viel erzähle, wir haben einen Infofilm gemacht, der das Ganze mal anschaulich erklären soll. Und das ist jetzt tatsächlich eine Filmpremiere. Der Film wurde noch nie öffentlich gezeigt. Und deswegen wünsche ich viel Spaß und freue mich, Film ab. Lükex hört sich an wie ein Geheimcode. Haben die nicht schon 2007 Corona erfunden? Steht uns was Schlimmes bevor, was uns verheimlicht wird? Nein. Lükex ist eine Krisenübung, die seit 2004 regelmäßig verschiedene Szenarien behandelt und für länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Exercise steht. Die Befugnisse von Bund und Ländern sowie die Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz sind festgelegt. Bei lokalen Katastrophen sind die Länder zuständig. Es gibt aber auch Krisen, die nur länderübergreifend bewältigt werden können. Wie Bund und Länder dann zusammenarbeiten, können sie in der Lükex üben. Mit dabei sind die Krisenstäbe von Bundesbehörden, Ländern, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Hilfsorganisationen. Sie üben in realitätsnahen Simulationen die gemeinsamen Abläufe und Strategien. Durch das Üben können sie im Ernstfall schneller und im besten Sinne für die Bevölkerung entscheiden. Und das geht so. Vor jeder Lükex werden in der Übungsplanung das Thema, die Beteiligten und die Ziele festgelegt. Auf Basis dieser Planung wird das Drehbuch für die Übung geschrieben. Das bündelt alles, was in der Übung passiert. Die Vorbereitung ist das Herzstück der Übung. Denn in dieser Zeit bilden sich in Workshops und auf Tagungen wichtige Netzwerke zwischen den Krisenmanagerinnen und Managern in ganz Deutschland. Dann kommt die Durchführung. Über das Drehbuch wird die Übung gesteuert. Es erzeugt bei den Übenden den Eindruck einer echten Krise. Die Telefone laufen heiß, unzählige E-Mails werden verschickt, die Krisenstäbe werden einberufen und Entscheidungen müssen vorbereitet werden. Die Übenden erfahren bis zur Übung nicht, was im Drehbuch steht und auf sie zukommt. Die echten Expertinnen und Politiker arbeiten eng zusammen und beraten über die Lage. Sie müssen viele Fragen in kürzester Zeit beantworten und wichtige Entscheidungen treffen, um im besten Fall die Krise abzuwenden. Danach folgt die Auswertung. Was ist gut gelaufen? Was kann verbessert werden? Diese Erkenntnisse werden in Auswertungsberichten mit Analysen und Empfehlungen veröffentlicht. Warum der ganze Aufwand mit der Lükex? So wissen die verantwortlichen Menschen in einer echten Krise besser und schneller, was zu tun ist. Und warum ist das gut für uns alle? Damit wir in Deutschland sicher leben. Egal ob im Büro, beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder ganz einfach zu Hause. Lükex. Weitere Informationen unter lükex.de Das ist ein toller Film. Danke. Und ich bin sehr dankbar, dass ausgerechnet wir heute hier die Premiere haben und diesen Film zeigen konnten. Gerne. Also wirklich toll. Und erklärt auch viel. Also im Grunde genommen ist ja schon alleine das Wort Stabsrahmen Übung recht schwer zu erklären. Aber wenn man jemandem dann den Film zeigt, dann glaube ich, begreift er sofort, was hinter der Übung steht. Die erste Übung hat meines Wissens 2004 stattgefunden. Welche Szenarien sind denn schon geübt worden? Ja, also wir haben angefangen bei einer Sturmflut, über einen Cyberangriff, über biologische Bedrohungen bis hin zur Pandemie. 2007 haben wir ja schon mal Pandemie geübt. Ganz unterschiedliche Szenarien schon geübt in der Lükex. Wobei man sagen muss, dass die konkreten Szenarien eigentlich gar nicht so wichtig sind. Also ja, natürlich wird fachlich auch viel gelernt, je nach Thema, was wir ausgewählt haben. Aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Wir haben in Deutschland im Krisenmanagement und auch in der Gefahrenabwehr den sogenannten All-Hazards-Ansatz, also den All-Gefahren-Ansatz. Und das kann man ungefähr so erklären wie bei der Feuerwehr. Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr und löscht das Feuer. Und denen ist es erstmal egal, warum es brennt. Und die haben bestimmte Strategien und Abläufe, die sie ganz oft geübt haben. Deswegen ist Übung auch so wichtig. Und kommen und löschen das Feuer. Und so ähnlich kann man sich das im Krisenmanagement auch vorstellen und in der Lükex. Das heißt, wir üben mit dem Personal, was in einer echten Krise auch arbeiten würde, also in einer echten Gefahrenlage, wie sie in dieser Situation schnell handeln können und wie sie Entscheidungen treffen können, wie sie zum Beispiel an Lageinformationen kommen. Und wir üben in der Lükex hauptsächlich Abläufe und Strategien. Also nicht wie in operativen Übungen. Da geht es ja oft darum, wie mache ich die richtigen Handgriffe, also wie stapel ich Sandsäcke in der medizinischen Versorgung und so weiter. Sondern wir üben Strategien und Abläufe und Kommunikation, wie am besten sowas ablaufen kann. Und deswegen kommt es auf das Szenario so gar nicht im Speziellen an. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir, wir haben es ja im Film schon gezeigt, dass in der langen Vorbereitungsphase sich die Krisenmanagerinnen und Manager auch kennenlernen und Netzwerke bilden. Und da ist es, das Fachthema natürlich schon wichtig. Genau. Das heißt aber auch, wo du jetzt die lange Vorbereitungszeit angesprochen hast, der Zyklus ist eigentlich zwei Jahre. Aber zwei Jahre heißt nicht, dass irgendwie zwei Jahre geübt wird, sondern eigentlich die Übungssequenz selbst sind meistens ja zwei Tage. Aber diese Vorbereitungszeit, die ist ja auch eigentlich wichtig. Was passiert denn da? Und wieso ist das so? Warum wird das immer gesagt irgendwie? Die entscheidende Zeit sind nicht die drei Übungstage, sondern das, was davor passiert. Genau, es sind zwei Übungstage. Das sind die Tage, in denen wirklich die Übenden in ihren realen Krisenstabsräumen sitzen und üben. In denen wir die mit Einlagen, also mit fiktiven Ereignissen bespielen und denen die üben, was zu tun ist. Aber in der Vorbereitungszeit ist es, also da wird das Drehbuch zum Beispiel geschrieben und das wird mit allen Beteiligten abgestimmt. Das heißt, die Übenden wissen nicht, was in der Übung passiert, aber die Personen aus den übenden Institutionen, die das Ganze steuern, die wissen das schon. Und das muss halt sehr genau abgestimmt werden, damit das Ganze auch logisch und in sich konsequent ist und damit sich das auch realistisch anfühlt für die Übenden. Realistisch, genau. Realistisch muss es sein. Das darf ja nicht so sein, dass man denkt, so kommt sowieso nie. Also pft, genau. Genau, das Ganze soll sich realistisch anfühlen, weil das ganz wichtig ist, damit die Übenden sich auch in die Lage versetzt fühlen. Also wir sagen immer, das ist ja eine Übung und keine Könnung. Das heißt, die Übenden sind auch so ein bisschen unter Stress und das ist auch Absicht. Und die sitzen dann in den Krisenstabsräumen, in ihren echten Räumen in ganz Deutschland verteilt. Und damit sich das so richtig realistisch anfühlt, muss das Szenario in sich halt irgendwie schlüssig sein, also das Drehbuch. Und wir bauen zum Beispiel auch extra für die Übungen so eine ganze Medienlandschaft auf. Also wir nennen das Mediensimulation. Da gibt es dann soziale Netzwerke, Blogs, Foren und auch Websites und Online-Nachrichten. Wir produzieren extra für die Lükex immer Fernsehnachrichten. Die kann man sich auch auf YouTube übrigens angucken, weil das sich für die Übenden einfach sehr echt und realistisch anfühlt und weil das auch ein Teil des Drehbuchs ist. Also darüber bekommen sie zum Beispiel Lageinformationen, die sie dann in irgendeiner Weise wieder in der Übung verarbeiten und darauf reagieren müssen. Jetzt sehe ich, dass wir, wir haben ja wahrscheinlich eine Frage, oder? Wenn du den aufzeigst. Okay, dann her mit der Frage. Müssten die Landkreise besser informiert werden über Lükex, oder? Jein, also wir sprechen mit der Lükex tatsächlich die obersten, also Bundesbehörden und die Länder an. Also das heißt da Länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Übung. Das heißt, diese Übung ist darauf ausgelegt, dass die Länder zusammen üben und dass die Bundesinstitutionen zusammen üben. Die Ebene darunter ist eigentlich nicht mit in die Lükex einbezogen. Ja, die üben manchmal mit und manche Länder beziehen dann auch ihre Landkreise mit ein. Das mag auch an manchen Stellen sinnvoll sein, je nach Szenario, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich nicht die Zielgruppe der Lükex. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns immer gut, wenn auch Bürgerinnen und Bürger einfach gut informiert sind über das, was wir hier machen. Deswegen ja auch der Film, weil die Lükex ist einfach eine komplizierte Übung, die lange Vorlaufzeit hat und wir wollen aber das, also wir finden auf der Straße eben nicht statt, wie eine operative Übung oder so, wo man sieht, von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz, genau, THW, das kennt man, das sieht man ja schon mal, aber in unserer Übung sitzen Menschen an Computern und das ist auch alles, was man zeigen könnte. Und deswegen wollen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, was wir machen und versuchen das dann immer wieder zu erklären. Ja, es ist ja die länderübergreifende Krisenmanagement-Übung, obwohl ich mich erinnere, dass es auch Übungen gab, wo zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen man schon mal zum Beispiel den Düsseldorfer Flughafen, also auch Landkreise mit einbezogen hat. Aber das ist eine Entscheidung der Länder, das entscheidet nicht der Bund. Genau, das war Köln-Bonn, glaube ich, aber genau, das ist dann eine Entscheidung der Länder. Genau, Köln-Bonn, nicht Düsseldorf. Die können da so operative Anteile dran anliedern, aber das ist eigentlich nicht unser Betrachtungshorizont und ist dann auch in der Auswertung nicht das, was wir betrachten. Ja, und können wir mal spoilern, was irgendwie denn das nächste Szenario sein wird? Natürlich. Also die nächste Lükex wird sich mit einem Cyberangriff auf Staats- und Regierungsfunktionen beschäftigen. Das war eigentlich geplant für den November 21, also die Lükex 21. Aufgrund der Corona-Situation pausieren gerade die Vorbereitungen und wann wir die wieder aufnehmen können, wissen wir noch nicht so genau. Das ist einfach zurzeit noch unrealistisch, das einschätzen zu können. Aber wir kommunizieren das natürlich sehr gerne, sobald wir einen neuen Termin haben. Aber das Thema wird definitiv bestehen bleiben so. Das bringt mich noch auf eine Idee oder Frage. Letztendlich ist es ja so, dass die bestimmten Szenarien, die du auch jetzt alle schon von der Vergangenheit aufgeführt hast, bis jetzt auch dem geplanten, das denken wir uns ja nicht aus, sondern man holt sich diese Expertise eben auch bei Behörden, die sich da sonst mit beschäftigen. Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen. Genau, wir arbeiten natürlich immer in der Szenarioerstellung oder beim Drehbuch ganz eng mit den jeweiligen Fachbehörden zusammen. In der Lükex 18, da haben wir ja Gas-Mangellage geübt. Da haben wir viel mit dem BMV und vor allen Dingen der Bundesnetzagentur, mit dem Wirtschaftsministerium und der Bundesnetzagentur zusammen das Szenario entwickelt. Und in der nächsten Lükex, in der es um einen Cyberangriff gehen wird, arbeiten wir eng mit dem BSI zusammen. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Genau, ganz wunderbar. Es gibt noch eine Frage, oder wolltest du uns nur nett winken? Die Fragen stellt übrigens immer unser Livestreamer Gunnar Sohn, den ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Aber das ist keine Geisterstimme, sondern es ist Gunnars Stimme. Die Hintertorkamera sozusagen. Her mit der Frage. Thomas Kalix fragt, ob die Geschichten wirklich nur am Rechner stattfinden oder ob es mal auch eine Kopplung mit praktischen Übungen gibt? Nein, also in der Lükex gibt es keine praktischen Anteile, also in der jüngeren Vergangenheit keine praktischen Anteile, wobei man das ja auch so gar nicht benennen kann. Also Menschen, die am Rechner sitzen, das ist ja auch Praxis. Also die, es gibt keine operativen Anteile, außer in Ausnahmefällen, aber der Großteil der Übungen, das sind einfach hunderte Menschen, die am Rechner sitzen, telefonieren, Lageinformationen einholen, zusammenbringen und dann Entscheidungen treffen. Das ist schon praktische Arbeit. Das ist eben das, was die Menschen da auch machen. Aber es ist wahrscheinlich, steckte hinter der Frage der praktischen Übung das, was wir eben mit operativ meinen. Sprich, es rücken Feuerwehren aus, es rücken, wie damals bei der Übung, genau, Köln-Bonner Flughafen, wo tatsächlich ja auch, ich glaube, eine Entführungssituation im Flugzeug oder im Brand. Nee, das war biologische Bedrohungslage. Auf jeden Fall, der Flughafen hat richtig operativ praktisch geübt, aber das war deren Entscheidung und das war eine Entscheidung des Landes NRW. Genau, das wird dann so gesehen angedockt, die nutzen dann die eh vorhandene Situation, aber das ist nicht unser Betrachtungsraum eigentlich. Genau, ja. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt. Irgendwie das nächste Thema hört sich wieder wahnsinnig spannend an. Schauen wir mal, Sie werden auf jeden Fall bei uns auf der Website darüber informiert, wann es weitergeht. und wann denn dann auch wirklich Übungszeitraum ist. Also ich meine jetzt nicht der Vorbereitung, sondern wirklich der Übungszeitraum. Die Übungsdurchführung, genau. Liebe Daniel, herzlichen Dank.